Kapali-Asana ist einer der vielen Sanskrit-Namen für den Kopfstand. Kapali heißt Kopf oder Schädel oder das, was zu Kopf und Schädel gehört. Es gibt auch die Bezeichnung Kapal-Asana und es gibt auch die Bezeichnung Shirshasana oder Shirasana. Alles sind Namen für den Kopfstand. Manchmal wird auch gesagt, dass Kapali-Asana dann ist, wenn mehr Gewicht auf dem Scheitel ist und wenn du statt dem klassischen Kopfstand die Hände auf dem Boden hast, also die Hände dahin gibst, wo die Ellbogen sind. Aber in anderen Traditionen ist Kapali-Asana einfach nur ein anderer Name für Kopfstand.